yo hi leute willkommen zurück zu ner neuen folge lol mit dem urf mod ich spiel brand anscheinend in der mitte ich hab noch einen illusion im team, ne leblanc, zed und ash und wir spielen gegen blitzcrank, fizz, lysandra, trash und tardon ich schätze dann wahrscheinlich dass der fisch in der mitte ist ok die machen den wegen level oh ne der kann jetzt die ganze zeit doof rumspringen oh nein lol erwischt schön mit nem fetten seucheball oh nochmal erwischt, nice der kriegt ja übel schaden durch den, ist ja übel nice lol gebe ich ja gut nein faktor zu schnell nice geht das team schon mal ab ja das springt natürlich raus sehr, aber bei beiden attacken kann er schlecht ausweichen ich hoffe dass ich ihn dann später im stun bekommen auf jeden fall oh shit oh nein schade oh nein der stirbt wahrscheinlich nie sterben schade wir ja zu schön gewesen bohrte es sich wieder her, die drecksau ah scheiße nicht mehr im stun bekommen doch euch schade kein vor an was tatsächlich der , ihr habt Nein! Scheiße! Mist! Oh! Fuck! Fuck! Oh, da stehen noch Minus Oh, kurz Hyping Boah, Scheiße, das hätte sogar geil gewesen Mann, knappes Ding erdauert Jetzt ist er aber weggegangen Boah Nein, ach Scheiße Dammit Dämlicher Tower Sagen wir mal SS, ja Na, da ist er schon Oh ja, haben Sie einen Fisch noch erwischt So, da pushen wir mal hier einen Tower Ah, wo bleibt denn der Fisch? Vielleicht gehe ich jetzt mal ganken oder so Sag ich den Jungs mal Bescheid? Oh, nice Oh, stirbt der schon alleine Boah, ich hab Hyping Alter, was ist denn los hier? Ist der Fisch da? Kann ich nicht? Komm, bitte sterb noch, bitte, bitte, bitte Nein Nein Es gibt's doch nicht, dass der jetzt da campt Die alte Pottsau Ja, alte Pottsau Ja, alte Pottsau Lucky Fisch Immer noch ein Hyping Immer noch ein Hyping Boah, ist doch da ewig, ey Was ist denn los? Okay Geht's jetzt mal langsam wieder Okay, jetzt scheint's wieder zu funktionieren ein bisschen Können planen, was da jetzt los ist mit dem Internet So, schau ich mal top schnell Höh Höh Woh mal Alter, dieser Scheiß Ping, ich hab den doch, ich hab Ulti-Gears eigentlich Maaan Was sind die Fische-Trader? ... Huh, top ist er Trash ... ... ... ... ... ... nein oh man dieses kack hochspringen alter scheiße sein komisches dann läuft gerade nicht so das game doofer fisch aber schaut ja ganz so schlecht aus allgemein nein fisch ist auf top ich habe mich gerade ein ziemliches fail game irgendwie teleporter ab zauber schaub gay Wo ist der Fisch? Oh, der portet back Nein, jetzt läuft er Vielleicht holen sich da auch noch die Minions Ja, nice Richtig schön Feuerball in die Fresse Oder so, Ereball Ja Nein Gerade habe ich es noch unten gesehen, die scheiß Klingeln da Meh Loll, der hat Doppelgrab Woah, cool Geht er ab Da und trifft er mich da, wenn ich so vorbeilauf Ah Nein Ach, scheiß Blutungen Okay, Set geht ganz gut ab Das ist erstmal gestunt Warte ich jetzt noch kurz Paar Gold Mach ich aber wieder Teleport ab Das ist mein dickster Wort Oh, portet ich mich trotzdem hin? Ja, sehr nice Trotze Ah, jetzt mit seiner Ulti, der Doppeltötung macht er das? Nice Na komm her Nein Als war ich in einem scheiß Eisgrab Sonst hätte ich die Ulti noch rausgekommen, wäre der Fisch auf jeden Fall verreckt Irgendwie das Game läuft nicht so, wie ich will Loll Alle schon bessere Brandgames auf jeden Fall Kann ich mal schnell hin hier Nein Ah, der Fisch wieder Er holt mich eh wieder Ach, komm schon Ist doch scheiße, wenn der sich da war und unsichtbar machen kann und springen können Darf ich meinen scheiß dann ja nicht Lol, ist der Arty Trash? Der wirft ja nur so mit seinen scheiß Ketten Oh Mann, der hat auch noch seinen scheiß verstungen So ein Faggot Game 4, 9, 5 Tödlich zum Feeden Oh, von hinten der Fisch Ah, Failulti All die Jungs machen das schon Cooldowns Soll man die Watch denn? Ah, ich glaube, jetzt ist es zu spät Ah, jetzt habe ich dem Stun gebaitet Beziehungsweise Illusion hat es hergebaitet Ich habe nur schön gewartet mit dem Kill-Up gestaubt Nein Oha Schnell weg hier Oh, fuck WTF Wie schnell der jetzt war Na, da die Kackboots Die machen das schon hier Keine Chance Lol, Blitzen Die dickste Stundenglas Die auch noch Das Luschen Nein Oh nein, 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 nein Mach irgendwas Scheiße, Mann So derbe fehl das Game Alter, wie schnell schlägt der zu Ich glaube bei Morde wird das auch lustig aussehen Wenn der so schnell zuschlägt Mit seiner dicken Keule Boah, Leblor ist einfach so ein Burst Damage, das ist krass Nein, er bleibt da Ja, nice Nice Hättest du dir bei mir Ulti gehen sollen, dann hättest du noch abonnieren können Nice Ein Gebüsch gesnackt Loll So krass, Leblor Die können alle weghüpfen Na ja Zumindest noch gewonnen Zwar ein wenig gefällt, aber was soll's Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao Die können alle wehre aussehen, dann hättest du noch ein wenig gefällt Und dann hättest du noch ein wenig gefällt Ich glaube mal, erstmal ein wenig gefällt